Freunde, ich war gestern live bei Twitch und hab die Weekend League gespielt. Ich hatte aber leider nicht so viel Zeit, deswegen musste ich alle Spiele durchrushen. Ich hab die ganze Zeit oft sehr offensiv gestellt und versucht, möglichst früh die Spiele zu beenden, wenn ich ein Gegentor bekommen habe, aber ich fast immer direkt abgebrochen. Am Ende haben wir nochmal drei Siege verschenkt. Insgesamt konnten wir hier nur elf Siege deshalb holen. Und ihr seht jetzt die Pics, Freunde. Ich hab in den Pics echt gut gezogen mit nur elf Siegen. Ich hab mich so gefreut, weil ich einen Spieler unbedingt wollte. Viel Spaß. Ich bin jetzt schon gebrochen. Bitte. Er macht noch ernst. Ja, Mann. Komm schon. Bitte. Ich geh nämlich mit. Komm schon. Komm schon EA Sports. Warte, ne. Hasbulla macht einen auf. Hasbulla macht einen auf. Komm schon. Hasbulla. Bitte. Komm, Cousin. Slack. Das ist kein gutes Zeichen. Iiiiii. Ah. Was ist das denn, Digger? Hasbulla bringt Pech, Digger. Ja, piss dich. Ich kann nicht hinkommen. Oh, ja, Mann. Schmeckt's so, Rann. Schmeckt's. 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 Ich wollte genau ihn haben, Digger. Genau ihn. Schmeckt's. Schmeckt's, du Fisch. Ich wollte genau ihn haben, Digger. Genau ihn. Ah. Tut das gut. Schmeckt's. Ercan, siehst du das gerade? Siehst du das? Schmeckt's, ihr Fische? So, und jetzt gibt mir hier noch ein Cancelo. Jetzt kommt hier noch ein Cancelo. Iiiiii. Nicht mal bohrt. Iiiiii. Ekelhaft. Iiiiii. Was ist das denn? Iiiiii. Iiiiii. Ich kann nicht mal ein Board. Ah, das ist ein Fullbruch. Das ist ein Fullbruch, Digger. Ah. Ultimative Spektra ist sowieso nichts drin, Digger. Ich guck gar nicht hin. Juck mich gar nicht. Guckst die Hand, da ist sowieso nichts drin. Siehst du nicht mein Board? Doch, ein Board. Ah, 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 Bruch. Bruch, 84er. Iiiiii. Freunde, das war's mit meinen Champions-Belohnungen. Cancelo gezogen, magisch. Ich hätte auch Tomori nehmen können, aber ich wollte unbedingt Cancelo haben. Vergesst nicht zu liken, kommentieren und teilen, Freunde. Bis zum nächsten Video.